Ja, mach mal! Ah, schau jetzt! Das ist der Clou! Das ist ein Versteck, oder? Ganz cool! Das sind etwa 20 Schalter und Rollais und Hegelräder, die sie neu herstellen müssen. Jetzt lehnt ihr es so. Ich lehne es wieder. Ok, dann lehne ich es noch nicht. Der U-Bag Kuvenkian, der Ölmagnat, der zum Beispiel bei einem Mercedes 600 Welle mit einem Glasdach. Dann lehne ich es wieder. Und dann denk ich an, gibt es nicht, geht nicht, gibt es nicht. Ja, sicher nicht, ja. Und dann hat er über den Mittelsmann einen noch offen in Paris und ist jetzt zum Chapeau. Ja, ja, das kenne ich da. Und hat das lassen lassen. Auch das lassen. Und das ist der letzte Versteigerung. Ah! Cool! Cool! Wir müssen von vorne schauen. Es sind so zwei Hebel, wo es rauskommt. Und die wollen ja nachher wieder weg.